Hi, 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 hier Sven Jackson und der Johnny, hallo. Genau, dieses Mal klappt's mal, haben wir vorhin ausprobiert mit dem ganzen Gespräche und so eine Scheiße halt. Und ich spiele heute, was eigentlich unser anderes letztes Thema war, Dual Shotgun. Scheiße. Scheiße. Auch abgekackt. Oh, da ist ein Level 30er Gunner. In unser Team? Nee, im anderen. Leider. Nee, wir haben auch einen. Echt? Wir haben auch einen. Ist ein All You Got da. Oder wie das heißt, wie man das ausspricht, keine Ahnung. Man, bis ich da runterkomme, bin ich schon wieder tot. Wow, danke. Der ist saumäßig. Der eine, der hat diese eine, wie nennt man die? Keine Ahnung, was meinst du? So eine Nadel. Dieses Heil, ah ja, dieses Heilteil, diese Heilspritze. Nein, Alter, ich kann Dual Shotgun sowas von voll nett spielen. Ach ja, genau. Alter, ist das sackschwer. Sacre blö. So, oder? Schleichen wir uns hier mal von der Seite an? Ja, ja. Ich hab's geschafft. Wie nice ist das? Ich hab's geschafft, ein Level 30er mit Dual Shotgun zu killen. Wie geil ist das denn? Der killt jetzt mich wieder, pass auf. Nee, bis jetzt hast du es noch nicht geschafft. Nein! Ach, ich denk die ganze Zeit, ich muss mein Fallschirm öffnen und reg mich fast auf, wenn er sich nicht öffnet. Jetzt merk ich, oh lol. Ja. Nein! Oh, dann endet diese Bienen da dabei, diese Kacke. Die sind echt Kacke. Ja, aber jetzt gilt es, eins auf Hellen Schill, vier auf Fass, ja und... Fünf auf schnell laufen, oder? Genau. Dann hier... Sag ich noch kurz meinen, also ich hab fünf auf Heal, Standard, dann noch fünf auf Granalflut und eins auf diesen Schlag. Ja. Nein! Also echt, ich spiel grad Dual Shotgun und es ist mächtig schwer. Also sagen wir so, ich kann's niemandem empfehlen, das zu spielen, obwohl... Man muss echt schnell schalten können und eine andere Einstellung haben als ich. Wow, da werde ich von der Seite abgeschossen. Mit was für Tasten machst du das? Oder... Ah, da hat einer das, ja, ja. Ich seh's. Ja, hab ihn. Komm her, Level 30, komm her, komm her. Was hast du denn für Waffen? Mit was für welchen? Spielst du denn? Äh, mit der... Mit der Art Spaß. Und eine aus dem Superangebot, kennst du ja, ich weiß noch mehr, wie die heißen. Aber weit langsam, oder? Ja, ja, beide auch weit langsam. Eine halt nur mit sechs Schuss und die andere mit elf. Okay. Ja, sagen wir so eine Schnelle, die bringt's einfach nicht. Ja, vor allem auf die kurze Distanz. Bringt's ja generell gar nicht. Ah, haha. Ihihihihi. Also diese AK auf White, die find ich echt cool. Ich möchte mal sagen. Dicke Fell. Nein. Scheiße. Ha. Not. Das Lustige ist, ich bin Level 18 und my Johnny, der ist Level 21 und wenn man so in die Reihe guckt, bin ich sogar besser. Haha. Kommt aber auch nicht oft vor, dass er besser ist. Hehe. Ne, also wenn wir Schneider spielen, beide, das ist ja eher oder ist ja auch egal, dann gewinnt er immer. Ja, aber der Johnny ist der, also einer der Besten, wo ich kenn, wo, ähm, Soldier spielen. Nein, also ich kann's heute ja überhaupt nicht spielen und, boah, ja. Oh, no, man, ich setze mit 30er an. Immer an mich, immer auf mich. Was macht er mit Absicht, dass man in der Karte runter geht? Nein, scheiße, ich bin tot. Nein. Also, du, Shotgun. Also, ja, wenn du nachher das ziehst, wie ich grad spiel, dann, ha, kann man sich praktisch überlegen, Lob nicht kaufen, bloß nicht. Es gibt welche, die damit 4000 pro Runde machen, ne KD von 19 zu 0 haben und perfekt spielen können, also soll's auch geben, aber gibt's dann halt auch die wie wir und da ist schon wieder dieser Level 30er. Ich hasse ihn auch. Er hat mich grad, er hat mein, mein, äh, mein 4, also mein 4 hochgeleveltes, äh, fast einfach geschluckt. Kann man Fässer schlucken? Ja. Das ist genauso wie Granade. LOL. Das ist ja richtig cool. Wo läufst du denn durch? Immer durch die Mitte. Ich laufe da mal außen und da läuft auch immer der 30er. In der Mitte laufen wir noch so wie ein Sniper. Ach. Da ist er wieder, da ist er wieder. Hoffentlich schaff's. Ne, dann laufe ich auch mal. Wo, wo? Aua. Ah, was ist das? LOL. Da spielt noch eine Dual, glaube ich. LOL. Echt? Killer Mode. Der ist ein Sniper. Der stand direkt hinter mir, wo ich gespawnt bin. Ich hab ihn gleich mal gekillt. Hehehe. Ja. Nice. Ich hab ihn mit dem Fass gekillt. Da kommt der Level 30er. Mann auf. Woher? Hä? Nein. Der ist doch so gut wie am Arsch. Ich schaff das nicht zu... Ähm. Auf die Waffe zu klicken. Dann, ähm. Dann. Äh. Warten. Ach, scheiße. Jetzt hab ich wieder einen verpasst. Auf welchen zwei Tasten oder so hast du das eigentlich? Ja, eins und zwei. Ach so. Ähm. Ja. Man muss auch sagen, mit dem Bleisturm ist es extrem schwierig zu spielen. Weil er einfach nicht viel Schaden macht irgendwie. Ich weiß auch nicht. Bleisturm. Erklär mal, was das genau ist. Weil niemand merkt sich richtig die Waffen. Also, ja, da bin ich der Einzige, der von uns zwei, der sich Waffen merken kann. Und du gehst jetzt mal weg. Warte kurz. Ich sag's euch gleich. Äh. So, ja, Zähler. Also, Bleisturm ist so ein grauer MP. Mit so einem kleinen Magazin an der Seite. Mit 45 Schuss. Ich hab noch eine Erweiterung drauf, deswegen hab ich 47. Bringt's nicht wirklich, aber, ja. Trotzdem. Also, wenn du Erweiterung machst, hast du nur zwei Schuss mehr. Ja. Wow. Also, es bringt so gut wie gar nichts, sagen wir es so. Ähm, und es hat standardmäßig... Oh, dieser Scheiß, der 30er, der regt mich so auf. Es hat standardmäßig noch einen Schrotgarn, Schrotflinte, Unterlauf. Ähm, das macht's hier wirklich zum Vorteil. Aber alles anderes... Hä, dieser Typ, der hackt? Der hackt. Dieser Gornio, der hackt. Welcher Gornio? Dieser der 30er. Der stand hinterm Berg. Und ich hab da Gornio hingeworfen. Er hat mich abgeschossen und kam erst, wo ich tot war, hinter dem Berg vorgelaufen. Wie soll denn sowas... Hä? Ähm, ja, ist vom Schaden her, also eigentlich ist es jetzt theoretisch so wie die AK-47 oder die M-16 oder Rutholfs Überrettung oder wie die alle heißen. Ähm, aber ich finde vom Schaden her, vom Schaden her ist es einfach weniger. Und... Der Level 30er, der rockt aber auch ganz schön die Bude, ne? Der, ja. Loll, schon wieder bin ich tot. Was geht da ab? Ey, ich bin so schlecht grad. Oh mein Gott. Okay. Naja. Mal gucken, wie ihr die Dual Shotgun findet. Ja, schreibt's einfach mal drunter. Also, bye. Tschüss.